Als denn eine relativ kurze, würde ich sagen, erst wenn die Berien-Tragzeit auf den Jungtiere rechte drei Monate bleibt. Die Mutter ja mit ihren Babys im Haus, die dann zuerst einmal rauskommt mit ihren Jungen, die sind ja am Anfang drin. Die haben sich am Anfang sehr intensiv, die umreicht, die Jungen nicht zu kümmern. Und dann, wenn die dann mal raus sind, dann geht natürlich dann der Tank ab. Wenn man recht besorgt, dass nichts passiert, dann muss man natürlich den ganzen Tag erstmal abfassen, was der Zeichenhaftigkeit ein bisschen ablegt und dass der Jogi-Verletzungen nach vorne trägt, weil man sich überhaupt wehrt. Gut, dann darf ich mir das zuhören, ganz herzlichen Dank. Gut, dann darf ich mir das zuhören. Gut, dann darf ich mir das zuhören. Bing, 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 bing. Was hat sie? Bye-bye.